Freund, Freund, du musst mir helfen. Ich suche jemanden. Nee, den Zimmermann aus Galilea. Sie nennen ihn Jesus. Was willst du von ihm? Ich muss ihn warnen. Ich bin ein Sklave wie du. Das musst du schon geschickt anstellen, du römischer Spion. Wartet! Halt! Bleib doch stehen! Dinosaurier Ich suche einen Mann namens Jesus. Wen? Sie nennen ihn auch den Messias. Ich habe nie etwas von ihm gehört. Kannst du mir helfen? Ich suche einen Mann. Einen Mann? Wie ist sein Name? Jesus. Ich muss ihn warnen. Du kommst zu spät. Er steht in diesem Augenblick vor Pilatus. Sie haben ihn gefunden. Er ist verraten worden. Von dem Jünger, der zu seiner Linken saß. Um 30 Silberlinge ist er verraten worden. Und warum? Weil die Menschen schwach sind. Weil Neid und Feigheit ihr Fluch sind. Weil sie von der Wahrheit träumen, um dann doch wieder zu lügen. So leben sie in ewigem Zwiespalt. Warum müssen die Menschen immer wieder zweifeln? Ich bitte dich, sag es den Jüngern. Wenn sie zweifeln, werden sie zugrunde gehen. Beschwöre sie, sie dürfen es nicht. Der Glaube allein versetzt Bergen. Sie sollen sich ihren Glauben bewahren. Warte. Wem soll ich das sagen? Wer bist du? Judas Isharga. Veg. Weser. Wer bist du? Feuer. Was in die Schweiz?